ja leute was geht und willkommen zurück zu last of us part 2 freut mich dass das sie wieder eingeschätzt hat bei neuen folge alter wot das ist geil schnell zwischen den waffen schreit 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 gut dann hätten mir von wieviel ist noch eine gute Idee wenn wir hier durchgehen ich schlage betäubel gegen und große schade hinzuzufügen ah nice gute frage gute frage was war dein record das war wir waren auf Patrouille mit Joe vor einem Jahr oder so das waren, keine Ahnung, ein Dutzend? ein Dutzend, jo echt nur mal 20 das war eine streunende Gruppe scheiße vielleicht kannst du heute einen neuen Rekord aufstellen ok Moment, jetzt müssen wir kurz schauen ok, hier geht es nicht mehr lang ah, kommen wir da wieder nein, ok, da komm ah, ok, ist ja schon scheiße, da hinten sind sie auch scheiße, da hinten sind sie auch ah, ok, ok, ok sie hat auch einen perfekt ok, können hier rein oder hinten aber hinten sind ja die Runner und ist denn irgendwie scheiße da hinten und ist denn irgendwie scheiße da hinten ich tue da nichts dann bin ich zufrieden ah, nice ah, nice wir sind ein gutes Team wenn ich ein Diener, ne ah, scheiße doch, Moment, ich versuch das nochmal ah, perfekt ey das, okay das ist geil gemacht ach, was ist das und die im Supermarkt sind auch noch welche? scheiße, wo ist der überhaupt? stopp äh, weißt du, ja ok, dann geh hoch, Nina hoch mit dir hoch mit dir Ähm, in dem Dach da drüben ist ein Loch. Hier. Danke. Da, siehst du? Okay, mal sehen wie wir da reinkommen. Da droben, ne? Gut. Oh Gott, das ist eine kleine. Perfekt. Eieieieie, legt mich. Mein Leben, ey. Eih, hab ich mich erschrocken. Oh, F***. Eih. Eih, nee, Alter. Das... Eih, ei. Mein Leben, Leute. Es tut mir leid, was passiert ist. Ich wollte ihnen nichts tun, ich wollte nichts aus ihrem Lader, außer den Medikamenten. Jemand hat sich auf mich gestürzt, was hätte ich denn tun sollen? Meine kleine Schwester kann ihre Füße nicht mehr spüren. Ich brauche das Insulin, alle Horten jetzt für sich, was hätte ich denn tun sollen? Ich hoffe, er überlebt, es tut mir leid. Alter, ist hier abgegangen? Gut. Du siehst einen Weg auf Star? Ja, Moment. Äh, weiß nicht. Hm. Ah ja. Lalalalalala. So kommen wir rein. Hahaha. Bin drin. Ach was. Du bist drin, Ali. Ich hab' nicht gedacht. Ich hab' Alkohol. In Palumpen. Hier. Versorg dich. Ah, okay. Perfekt. Und jetzt heilen wir uns kurz, dann ist er wieder voll. Ja, der ist fast voll, aber egal. Boah, was? Ich hab' gemeint, elegantes Zeug einatmen. Die ist doch immun, dagegen. Denk dran. Ich will dir nicht ins Gesicht schießen müssen. Oh, ganz reizend. Bei den ganzen Spuren sind die schon länger hier. Halt nach älteren Infizierten nur mal schauen. Und wie kommen wir ins Erdgeschoss, Tina? Ah. Ah. Das ist ein Sport hab' ich nicht gesehen. Glückwunsch, Markit, Mitarbeiter des Monats. Ah, Kim. Ah, Moment, da können wir noch gerade nicht durch. Pillen. Leer. Ja, es ist geil, wenn leer ist, ne? Kann man Kucki brauchen. Haha. Lumpen, nice. Ich bekomme mal wenigstens Munition. Ja, Kirsten, ich hab' das gute Zeug für dich im Safe gelassen. Die Kombi ist das Datum, an dem ein braver, junger Mitarbeiter des Monats geworden ist. Verkauf oder verschenk' bloß nichts, die sind für deinen Rücken, okay, gut, die Besserung, Mina. Die Kombi, das Datum, mein braver Junge. Okay, Moment. Wer ist das mit der Arbeit des Monats? Juli 2013. Ja, wer ist der brave Junge? Das ist der Hohn, sicher. Juli 2013, Moment. Probier mich mal. Ah, das ist er. Haha, der habe ich gar nicht gesehen. Moment, anderer Weg, Juli. Nee, eben nicht. Nee, eben nicht. Ja, perfekt. Jo, alter, alter, oh, okay, 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 ja, geil, geil, geil. Okay, Pillen können wir verbessern jetzt. Und 40, Lauschmus, Bewegung, Freie, Geschwindigkeit. Ah, und dann kann man hier, weil... Okay. Gut. Das hätten wir, ne, Freunde? Da haben wir, glaube ich, auch alles abgesucht. Nein, was? Clicker. What the... Fick. Fuck. Alter, wie schön, wie krass sind die Clicker aus? Ich kriege mit dem Spring, wenn es laut los ist, schleiche dich. Ich habe, ich habe direkt getrykt. Ah, okay. Da ist einer, der kommt zurück. Alter, die Scheißkarte. Ich schwööööööööööööööööös siren! Was machst du, Elli? 3. 3. Kommen. 3. 3. 3. 4. 5. 5. 6. 9. 10. 10. 10. 10. 11. 11. 11. 11. Was, Mann?! Willst du mich verarschen?! Ich hab doch geschlagen...Ei, komm, Mann! Ey, legt mich am Arsch! Was ist euer Fick-Problem, Alter?! Gut. Braucht er weiter, oder dreht er sich noch mal? Ja, 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 ja! Boah, die Scheiss-Klicker! Okay. Diese alten Viecher sind gruselig. Sehen wir nach, ob ansonsten alles sauber ist. Und dann lass uns von hier verschwinden. Wir verstehen uns. Gut. Ja, diese Meinung bin ich auch. Dina! Hilf mir mal! Hör mal! Ah, doch noch! Komm, Ellie! Du schaffst das! Ja! Ich hab' ein Geschenk für dich. Ich hör' das gern an. Äh, was? Oh, Molly! Molly! Ein Molotow! Geil! Danke! Nice! Sei vorsichtig! Ich bin Profi! Das war's noch nicht! Okay, wir haben jetzt noch die Molotow freigeschaltet. Geil! Da ist nichts drin, ne? Okay, nein! Okay, das ist geil! Und... Erötige Geschwindigkeit bei der Verwendung einer Minikill-Turm. Okay, ja. Sauber, ne? Wo, 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 wo... Fast hat Capillen ver- Fast hat und der Lumpen. Minikill herstellen. Man weiss nicht, ne? Äh, ja. Was? Verreck, 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 alter! Scheiss, da vorne ist ein Clicker! Da hat's ein Clicker, da! Vi Sorgen. Ai, 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 Leute! 45 ... 45 ... 45 ... 45 ... 45 ... 46 ... Gehen wir hier. Gehen wir mit dir. Gehen wir das. Ja, hallo, ich kann nicht mehr als Ausweichen, meine Fresse. Oh mein Gott. Boah. Okay. Auf zum nächsten Posten. Und da machen wir dann Pause. Wir haben uns verdient. Okay. Ja, ja, ich habe ihn schon gesehen, aber raus müssen. Okay. Ich finde nur nichts übersehen. Das ist mein Ding da rum. Schau ich nochmal. Perfekt. Das ist voll. Na gut, dann können wir Erichs weiter nehmen. Dina. Och nee. Okay, wir machen es so. Du wirfst mich einfach nach oben durch dieses Loch. Äh, was? Das ist mir gefällt auch schon. Ah, nice. Oh, ja. Ja. Das wird gehen. Oh, ja. Ich hoffe, dass das hält. Oh, ja. Oh, ja. Oh. Ich habe nicht nur windig, sondern auch gefährlich hier. ein historischer Offen, ne? Oh, das ist mitte da. Wow. Oh, 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 oh. Wie auch das Pferd voll mit Schnee ist, diese Details, das ist so der Hammer, das ist so geil gemacht. Eieieie, Freunde. Alter, diese Schnee stunden, das ist zu gross, ab die Klicker, das ist ja nicht normal. Alter, wo ist Tina? Tina? Oh, nee. Wir haben Tina verloren. Oh, nee, Mann, komm, Mann. Scheiße. Hey, nee, Mann. Tina, wo ist Tina? Wo bist du? Ich weiß nicht. Tina! Oh, Gott. Oh, leck mich. Wir lang. Eieieiei. Wir werden trauen hier. Geh rein. Okay, Leute, ich würde sagen, an dieser Stelle war es das. Für die Folge von Last of Us, Leute, wenn es noch gefallen hat, Daumen hoch, lasst ein Abo da und sonst bis zum nächsten Mal und ciao.